Zuerst einmal herzliche Gratulation zum Newcomer Award als Shootingstar, seid ihr ausgezeichnet worden. Was heisst das für euch jetzt als Birma oder auch als HR-Abteilung? Ja, wir sind natürlich froh, dass wir gleich beim Einstieg einen solchen tollen Platz erreicht haben. Für uns heisst das eine Bestätigung, dass wir einiges gut machen. Ich denke, es ist aber nicht nur für das HR, sondern es ist für alle, die bei uns arbeiten und auch die Organisation nach aussen tragen. Es ist ja schwierig, genau zu eruieren oder zu sagen, was jetzt genau diesen Erfolg ausgemacht hat. Aber jetzt trotzdem so ein bisschen in die Kristallkugel reingucken. Was denken Sie, was sind so die Haupttreiber für den Erfolg? Also wir machen ja etwas, das sehr sinnstiftend ist. Das haben wir heute auch mehrfach gehört. Das ist ein Aspekt, der immer wichtiger ist. Wir begleiten Menschen, wir versorgen Menschen, die in eine spezielle Situation kommen. Und wir machen das für diese Menschen sehr lange, ein Leben lang. Und das schweisst auch uns zusammen. Das ist wichtig, dass wir interdisziplinär, interprofessionell zusammenarbeiten. Und ich glaube, das macht schon sehr viel aus, dass man da einen guten Zusammenhalt hat, den man auch nach aussen spürt. Was habt ihr auf dem Radar jetzt für nächstes Jahr? Vielleicht noch weiter nach vorne zu kommen oder jetzt mehr auch inhaltlich? Ja, ich denke, wir dürfen einfach das, was wir machen, präsentieren. Wir dürfen zeigen, was wir tun, auch stolz sein darauf und eben nicht einfach nur mit Slogans oder schönen Plakaten, sondern die Geschichten erzählen, die hinter diesen Menschen stecken. Und das möchten wir noch mehr machen.